Ach ja, du musst... Jetzt fängt es an. Ja, du musst an der Seite drauf drücken. So, jetzt los. Also ich hoffe mal, dass es funktioniert. Na gut, dass wir einen Brunnen haben, oder? Gut, das reicht. Und jetzt lass mal los. Und dann sieht man nämlich, wie es zurückschlägt. Ja.